Schönen Gruß an die Lüne-Post, Leser oder Zuschauer oder es ist ja eine Zeitung. Wir sehen uns ja dann am 25. November. Ich hoffe, dass ihr alle Karten habt. Und bis dahin würde ich mal sagen, dann merkt ihr es mal gut. Lest auch weiterhin die Zeitung und die hält euch dann auf dem Laufenden. Dann bis zum November. Tschüss!